Trainer jetzt reagieren, normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn da hat er schon zwei Tore gemacht. Ja, das ist ein Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen, das ist gepatzt, dem Stürmer auf dem Tablett das Tor serviert. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen, danke an die Regie.